Staffel 17 von der Bergdoktor hatte einige Höhen und Tiefen zu bieten, und endet in Folge 8 mit einer großen Veränderung für alle. Bereits vor Beginn der 17. Staffel von der Bergdoktor hatte Hans Siegel angekündigt, dass es in den neuen Folgen heiterer zugehen wird. Und tatsächlich, im Vordergrund stand dieses Mal die Familie, und ja, auch die Liebe. Besonders Martin Gruber selbst hat durch Karin Bachmeier endlich wieder, Liebes, Glück gefunden. Der Bergdoktor. Karos Ex hat einen Autounfall. Aber, neben den schönen und emotionalen Momenten, wurde es auch immer wieder dramatisch. Und das gilt ganz explizit auch für das Staffelfinale. Während im TV am Donnerstag erst Folge 6 zu sehen war, gibt es in der Mediathek schon die letzte Folge 8 der Staffel zum Streamen. Vor allem ein Konflikt stand zuletzt immer wieder im Fokus, der drohende Verlust des Landhandels. Ralf Pflüger hat durch sein Verhalten dafür gesorgt, dass seine Tochter Karo und er mit dem Rücken zur Wand stehen, und die Bank keine andere Wahl hat, als ihnen den Betrieb als Ausgleich für fehlende Zurückzahlungen der Kredite wegzunehmen. Das Drama ist bereits vorprogrammiert. Mit seinem Auto kommt er von der Straße ab und fährt einen Abhang hinunter. In einer waghalsigen Rettungsaktion können Martin und sein Bruder Hans den Schwerverletzten retten und ins Krankenhaus bringen. Dort bangt vor allem Karo um ihren früheren Partner, bis es die erlösende Nachricht gibt. Klaus ist außer Lebensgefahr. Martin erkennt Karos Schwärmerei. Später besucht Martin Klaus Strasser und spricht mit ihm darüber, dass er mit Alkohol am Steuer unterwegs gewesen ist. Durch den Unfall erkennt dieser schließlich sein Fehlverhalten und lenkt ein. Ich habe vorhin mit meiner Bank telefoniert. Die Überweisung auf das Treuhandkonto läuft, erklärt er. Damit ist klar, der Landhandel kann durch die Zahlung gerettet werden. Ende gut. Alles gut? Nicht ganz. Bei der anschließenden Feier am Gruberhof bedankt sich Karo noch einmal überschwänglich bei Martin, und dabei erkennt schließlich auch der Arzt, dass Karo scheinbar Gefühle für ihn entwickelt hat. Wie der darauf reagieren wird und ob es eine Zukunft für die beiden gibt oder er doch bei Karin bleibt, sehen die Fans dann in der kommenden Staffel 18. Wie der da ist, ist die Frage. Wie der da ist, ist die Frage. Wie der da ist, ist die Frage. Vielen Dank.